Das wird jetzt ein mystischer Schuss von kleinen Drachen. Das ist aber gleich noch Babydrache. Das ist nämlich Mini. Ist zumindest einmal aufgewacht, glaube ich. Fast identischer Schuss, ich weiß sie nicht. Kann ja nicht sein. Ver-semmelt, hey. Da muss man das Zülle einstellen, glaube ich. Wir wollten einfach nur streichen, glaube ich. Naja, das war ja ein Nullerl.